In Hebräer Kapitel 4 sagt doch der Schreiber ganz deutlich, dass es für den Christen einen Sabbat als Ruhetag gibt. Sollten da Christen nicht den Sabbat halten? Herzlich willkommen bei Christologisch. Mein Name ist Josef Draschel. Wir sind mittlerweile im sechsten Teil unserer Sabbat-Serie angelangt und wir wollen uns das vierte Argument vornehmen und es geht auch um Hebräer 4. Wie gerade in der Einleitung auch schon angesprochen wird, von Hebräer Kapitel 4 ausgehend der Standpunkt des Sabbatarismus folgendermaßen dargelegt, nämlich dass dort ja ganz deutlich von einem Sabbat als Ruhetag von den Christen die Rede ist und es kann nichts anderes sein als der siebte Tag. Oder eine aus sieben, wenn man ein Sonntags-Sabbatarier ist, sage ich jetzt einmal. Aber wir wollen uns das direkt einmal vom Kontext anschauen und dieses Argument auf exegetische Belastbarkeit prüfen, ob das vom Text her selbst tatsächlich so gesehen werden kann oder sogar muss. Und hier haben wir unser Bibelprogramm. Hier ist Kapitel 4 und wir wollen uns das jetzt einmal direkt anschauen, was dort steht und eben auch was nicht. Dazu sehen wir uns erst einmal den Kontext an, ein Stück vom Kontext, nämlich um Kapitel 4 geht es. Und wir sehen hier dann auch schon Vers 18, der vorletzte Vers von Kapitel 3, da steht etwas tatsächlich von einer Ruhe. Welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten zu glauben. Also, was wir hier lesen, hoffentlich stört euch nicht, wir haben Besuch bekommen, ich nehme trotzdem etwas auf, das ist für meine Frau, nicht für mich. So ist das, ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch. Also, Ruhe, wo wir bei Ruhe gerade sind. Ruhe! Schaut euch das mal an, wir wollen uns den Kontext hier nochmal ansehen. Die Ruhe Gottes, von der hier in Hebräer Kapitel 3, Vers 18 geredet wird, die steht symbolisch für das verheißene Land. Und das wird aus dem Kontext ganz, ganz deutlich. Und wegen ihres Unglaubens starben die meisten der Generation, dieser israelitischen Generation, die die Befreiung aus Ägypten erlebt hat durch Mose. Die starben in der Wüste, anstatt in seine Ruhe einzugehen. Lasst uns das ab für 16 mal lesen bis 19. Denn einige lehnten sich auf, als sie es hörten, aber nicht alle, die durch Mose aus Ägypten herausgezogen waren. Über wen war er aber 40 Jahre lang zornig? Waren es nicht die, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten zu glauben oder zu gehorchen? Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen ihres Unglaubens. Von diesem alttestamentlichen Beispiel ausgehend informiert der Autonun seine Zuhörer. Dass die Verheißung in eine größere Ruhe vor ihnen steht. Also er beruft sich auf das alte Testament, auf die Generation, die Wüstengeneration, wie man sie nennt. Und sagt dann hier in Kapitel 4, Vers 1. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seiner Ruhe noch besteht. Also wir haben eine größere Ruhe vor uns, sagt er. Und das wollen wir darauf bedacht sein, dass wir nicht gleich wie diese Israeliten in der Wüste durch den Ungehorsam eben nicht dort eingehen. Und diese Ruhe ist von einer anderen Art. Nämlich, lasst uns das mal anschauen, was diese Ruhe jetzt hier vom Kontext, vom Bibeltext selbst her auszeichnet. Und da lesen wir einmal, oder haben gerade gelesen, man kann zurückbleiben. Man kann diese Ruhe verfehlen. In Vers 2 lesen wir, dass wir zurückbleiben, wenn wir nicht an das Evangelium glauben. Das könnt ihr hier dann auch schön sehen. Hier Heilsbotschaft, das ist nichts anderes als Evangelium. Hier könnt ihr das sehen. Oangelizo, hier ein GG, Gamma Gamma. Wenn ein Doppelgamma dasteht, dann wird das erste Gamma als N gelesen. Und meint das Evangelium auf Griechisch. Denn auch uns ist ein Evangelium verkündigt worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Also wir können zurückbleiben, wir können diese Ruhe verfehlen, wenn wir dem Evangelium nicht glauben oder gehorchen eben. Und diese Ruhe ist von einer solchen Art, dass man durch den Glauben in sie hineingehen kann. Das lesen wir in Vers 3. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in diese Ruhe ein. Wie er gesagt hat, dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendet. Diese Ruhe wird nun von einem anderen alttestamentlichen Beispiel abgeleitet, nämlich der Sabbatruhe Gottes. Und das lesen wir im Vers 4. Diese Ruhe, wie gesagt, wird durch ein anderes alttestamentliches Beispiel jetzt begründet und definiert. Denn er hat an einer Stelle von dem siebten Tag so gesprochen. Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Also es meint hier, Gottes Sabbatruhe. Das wird von dieser Ruhe nämlich abgeleitet. Diese Ruhe, von der wir jetzt hier gelesen haben und deren ihre Eigenschaften, ihre Besonderheiten, die wir uns jetzt gerade auch zu Gemüte geführt haben, die wird jetzt dann mit der Sabbatruhe Gottes selbst hergeleitet oder verglichen. Der Autor verbindet also Gottes Sabbatruhe mit der Ruhe des verheißenen Landes. Das lesen wir jetzt gleich im nächsten Vers. Ihr seht, wir gehen Vers zu Vers vor. Und an dieser Stelle wieder. Sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Also da haben wir die Sabbatruhe Gottes. Er ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und dann haben wir die Ruhe, die den Israeliten versprochen wurde. Das ist der Eingang in das verheißene Land. Dort sollten sie zur Ruhe kommen. Und das lesen wir gerade hier so im Vers 5. Und dann erklärt, also der Autor verbindet, wie gesagt, diese Sabbatruhe Gottes oder Gottes Sabbatruhe mit der Ruhe des verheißenen Landes. Und dann fährt er fort und erklärt, dass Ungehorsam gegenüber dem Evangelium jeden daran hindert, in die Ruhe einzugehen. Vers 6. Also wir haben hier eine Kette von Gottes Sabbatruhe nach dem siebten Tag über die Sabbatruhe des verheißenen Landes. Hin zur Ruhe des Evangeliums. Sogar jetzt im Zeitalter der Erlösung. Sogar jetzt im Zeitalter der Erlösung, dem Zeitalter des Heute, wie wir in Vers 7 hier so gelesen haben. In diesem, heute in diesem Zeitalter der Erlösung. Dazu können wir Vers 7 jetzt gerade hier ganz deutlich sehen und springen aber noch rüber zum 2. Korinther Kapitel 6, 2. 2. Korinther Kapitel 6, 2. Da lesen wir, das ist ein bisschen klein. Und hier geht es im Kontext um die Mitarbeiterschaft des Paulus und sein Dienst der Ermahnung. Wir ermahnen euch auch die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen, denn es heißt, und dann kommt eben der Vers, den wir gerade gelesen haben. Also dieses Jetzt, dieses Heute ist das Zeitalter der Gnade der Erlösung. Und das eben, ja, gerade heute im Hier und im Jetzt, im Zeitalter der Erlösung ruft Gott uns auf, in eine bestimmte Ruhe einzutreten, einzugehen. Und das ist eine Ruhe wie Gottes Sabbatruhe. Diese Ruhe, von der wir hier reden, die da ist und die man eintreten soll, durch Unglauben nicht versäumen soll oder verfehlen soll, ist eine Ruhe wie Gottes Sabbatruhe. Eine Ruhe wie die in Kanaan, Vers 9. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Es ist eine wunderschöne Kette von Gedanken, wo das eine sich vom anderen ableitet. Und der einzige Grund für die Verwendung des Wortes Sabbatruhe, das haben wir hier, es bleibt eine Sabbatruhe. Und schaut euch das Wörtchen hier mal direkt an. Man kann das sehen, ja, Sabbatismus. Das ist der einzige Grund für die Verwendung dieses Wörtchens hier, ihr seht es dort oben, griechisch Sabbatismus, anstelle von einfach, dass er einfach von Ruhe redet, wie im übrigen Kontext ist, dass der Autor jetzt gerade Gottes Sabbat als eine Illustration, als ein Beispiel verwendet hat. Das ist der einzige Grund, warum er jetzt hier von Sabbatismus redet. Und nicht einfach von Ruhe, aber vom Kontext, vom Textzusammenhang, den wir jetzt hier Schritt für Schritt durchgegangen sind, ist deutlich, dass es hier um eine Ruhe geht. Und weil er jetzt Bezug genommen hat auf Gottes Sabbatruhe, nennt er das jetzt diese Ruhe durch das Evangelium, wo man selbst von seinen Werken ruht, womit man sich selbst abmüht, um sich selbst zu erlösen, davon ruht man durch das Evangelium, weil Gott eben alles selbst gemacht hat für uns, und uns die Erlösung aus den Händen genommen hat, wie ein Papa sah im Kind, komm, du hast was kaputt gemacht, nee, nee, du kriegst das selbst nicht zusammengebastelt wieder, komm, ich mach das, Papa, mach das. Und er hat uns die Erlösung aus der Hand genommen und es reicht, wenn der Mensch durch Glauben in diese Gnade dann eintritt, nämlich in die Gnade des Evangeliums der Gnade. Also diese Natur, diese Beschaffenheit der Ruhe oder eben der Sabbatruhe von Vers 9, wie wir hier sie sehen, wird in den Versen 10 bis 11 jetzt dann auch erklärt. So wie Gott für immer, nämlich mit seinen Werken aufhörte, so sollen auch wir aufhören, uns auf Werke zu verlassen oder zu versuchen, Werke hervorzubringen, um die Erlösung, um uns unsere Erlösung zu verdienen. Die Werke, die wir produzieren, werden an anderer Stelle nämlich tote Werke genannt. Das ist hier ein Hebräerbrief, Ups, Kapitel 6, bin ich zu weit. Hier die toten Werke. Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen, wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken. So, ich scrolle gerade einmal zurück. Wie gesagt, wird in Versen 10 und 11 diese Sabbatruhe, von der gesprochen wird, dort wird sie näher erklärt. Und es wird eben hier dann auch gesagt, denn wer in seiner Ruhe, das heißt in dieser Ruhe Gottes eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Also lasst uns in die Ruhe des Glaubens im Evangelium eintreten und bis zum Ende ausharren. Das ist, was er sagt. Wir dürfen nicht in tote Werke abfallen oder uns tatsächlich auch auf ihnen ausruhen. Die Gefahr, an die sich der Autor wandte, war der Abfall, nicht die Frage, welcher Tag von Christen jetzt als Sabbat der Ruhe eingehalten werden sollte. Warum ignorieren die Sabbatarier diesen breiteren und unmittelbaren Kontext? Die Betonung in Hebräer 4 liegt auf einer zukünftigen Ruhe, die noch auf alle wartet, die im Glauben bis zum Ende ausharren. Da können wir noch Kapitel 10, Verse 38 bis 39 lesen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung. Also es geht darum, im Glauben bis zum Ende ausharren. Und auf der Befürchtung des Autors, dass sie durch einen Rückzug unter den alten Bund diesen Sabbatismus, diese Sabbatruhe, von der hier geredet wird, von der Ruhe des Evangeliums, die letztendlich natürlich auch verbunden ist mit der Ewigkeit, weil jeder, der im Evangelium ruht, der wird auch auf ewig selig werden. Und der Autor hat eben die Befürchtung, dass sie diesen Sabbatismus, diese Sabbatruhe, das Ruhen von den eigenen Werken, versäumen würden. Die Schlussfolgerung der Argumentation des Autors findet sich dann in Vers 14 bis 16. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allen oder in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, Halleluja, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Also um in Gottes Ruhe eintreten zu können, müssen wir fest am Glauben an Christus, so lasst uns festhalten. Um eben in diese Ruhe Gottes eintreten zu können, müssen wir fest am Glauben an Christi, verdienstvollem, priesterlichem Sühneopfer festhalten. Es geht darum, das ist das Kreuz Jesu Christi, das ist sein Sühneopfer, das er gebracht hat und daran müssen wir festhalten. Denn er ist unser hoher Priester, der uns vertritt. Und das war das Problem, sie wollen zum alttestamentlichen Gottesdienst zurückkehren. Also, als Schlussfolgerung, Hebräer 4 ist ein Abschnitt, der zeigt, dass Gottes Sabbat und das verheißene Land eine endzeitliche, eine eschatologische Vorschattierung oder Vorschattung der Ruhe des Gläubigen im Glauben an das Evangelium der Erlösung waren. Die durch die Versiegelung des neuen Bundes, durch das Blut Christi vollendet wurde. In Hebräer 4,9 heißt es nicht Sabbat, sondern Sabbatähnliche Ruhe, Sabbatismus. Der Kontext schließt die sabbatarische Auslegung aus, denn die Betonung liegt nicht auf einem Tag in diesem Zeitalter, der eingehalten werden müsste, sondern auf einer ewigen Ruhe, die alle erwartet, die bis zum Ende im Glauben leben. Und damit haben wir dann den Kontext uns näher angesehen, Vers für Vers eigentlich durchgegangen. Und wir haben gesehen, es ist keine bestimmte Ruhe, die einen Tag betrifft, wie etwa den Sabbat, wie es behauptet wird, sondern es ist abgeleitet von der Sabbatruhe Gottes selbst, als Gott von seinen Werken ruhte. Und dann wird Bezug genommen auf die Ruhe Gottes, die er den Kindern Israel versprochen hat, nämlich durch den Einzug in das Land. Und das wiederum ein Schatten auf das Evangelium, in das wir Christen hineinkommen und manches versäumen können, dort hineinzukommen. Und dann gibt es diese ewige Ruhe, entweder das tausendjährige Reich und die Ewigkeit sowieso, wo wir endgültig von unseren Werken ruhen, wo alle Tränen abgewischt werden. Und darauf können wir uns freuen. Und ihr könnt euch freuen auf weitere Teile, um sie nicht zu verpassen. Abonniert diesen Kanal, schreibt gerne in den Kommentar eure Gedanken zu der Behandlung dieses Arguments. Und dann sehen wir uns auch schon das nächste Mal. So Gott will, wir leben, der Herr mit euch. Shalom und bis bald. Und dann sehen wir uns auch schon.